Ua-ha-ha-ha-ha! Hallo Kinder. Ich weiß ganz genau, dass ihr mich von mir abschickt. Also haltet jetzt besser die Ohren zu! Kein Plan wieso. Erstmal Hallo YouTube. Ich bin euer neuer Totenkopf. Schmeckt lecker. Ich bin kein Hater oder sowas. Deshalb denkt jetzt nicht, dass ich ein Hater bin. Ich habe keinen schlechten Kommentar. Also, ich bin kein Hater oder sowas. Ich will keine schlechten Kommentare schreiben. Macht einen Daumen hoch dafür, dass ich das jetzt gesagt habe. Und ich werde Videos machen. Ich bin schon sehr bald gekommen. Tut mir leid, jetzt muss ich mich leider wieder von meiner Mutter verschicken. Tschüss! ارge schnosi Wie ist das aus? Vielen Dank.